Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Da der Todesritter erst mit Wrath of the Lich King ins Spiel kommt, fangen wir hier komplett von vorne an und stellen euch die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften der Klasse vor. Zudem erklären wir euch, was es mit den jeweiligen Talentbäumen auf sich hat und schauen uns die besten Rassen sowie eine vernünftige Level-Skillung für den Todesritter an. Das Ganze richtet sich vor allem an Todesritter Einsteiger. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Vielen Dank und viel Spaß beim Video. Mit dem Todesritter kommt ab dem Pre-Patch die erste Heldenklasse ins Spiel. Dabei startet ihr mit Level 55. Der Todesritter kann von jedem erstellt werden. Ihr benötigt nicht, wie damals einen anderen Charakter, der mindestens Stufe 55 ist. Außer ihr spielt auf einem der neuen Wrath of the Lich King Fresh Server. Ihr könnt dabei aus den Talentbäumen Blut, Frost und Unheilig wählen und übernehmt dabei die Rolle des Tanks oder des Schadensausteilers. Der Todesritter kann zwei Einhandwaffen gleichzeitig tragen und hat ein großes Repertoire an Waffen. Bis auf Dolche, Faustwaffen, Zauberstäbe und Zweihandstäbe kann er alles verwenden. Ihr startet eure Karriere in Acharus, der Schwarzen Festung, welche sich in einem instanzierten Gebiet östlich der östlichen Pestländer befindet. Hier spielt ihr bis ungefähr Level 58 und bekommt nach und nach diverse Fähigkeiten, Talentpunkte, ein Reiter für den Boden sowie ein extrem solides blaues Starter-Set. Das Ganze ist in drei Quest-Kapitel aufgebaut und dient als eine Art Tutorial, um die Klasse und vor allem deren Spielweise besser kennenzulernen. Außerdem erlernt ihr hier die Fähigkeit Runenschmieden, um mit dieser dauerhaft eure Waffe mit diversen Boni auszurüsten. Dazu werden zudem keine Materialien benötigt. Habt ihr sonst für das Aktivieren von Fähigkeiten Mana, Wut oder Energie benötigt, so bringt der Todesritter sein eigenes einzigartiges Ressourcensystem mit. Ihr habt insgesamt sechs Runen, welche mit gewissen Fähigkeiten verbraucht werden und sich automatisch wieder aufladen, sodass sie nach einer gewissen Zeit wieder verwendet werden können. In Summe sind das zwei Blutrunen, zwei Frostrunen sowie zwei unheilige Runen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit dank Talenten oder der Fähigkeit Blutwandlung gewisse Runen in sogenannte Todesrunen zu verwandeln. Diese zählen dann für alle Kategorien und können deutlich flexibler verwendet werden. Wenn ihr nun Fähigkeiten verwendet, die Runen benötigen, wird gleichzeitig die zweite Ressource Runenmacht aufgebaut. Diese könnt ihr dann für weitere offensive oder defensive Fähigkeiten verwenden. Runenmacht verhält sich ähnlich wie Wut vom Krieger oder dem Druiden. Zusätzlich hat er drei Präsenzen, wobei immer nur eine aktiv sein kann. Mit der Blutpräsenz wird euer Schaden um 15% erhöht und ihr werdet um 4% des verursachten Schadens geheilt. In der Frostpräsenz wird eure Ausdauer um 8% und eure durch Ausrüstung erzeugte Rüstung um 60% erhöht. Zusätzlich wird der erlittene Schaden um 10% verringert und eure generierte Bedrohung erhöht, die klassische Tankpräsenz also. Die unheilige Präsenz erhöht das Angriffs- und Bewegungstempo um 15% und verringert zugleich die globale Abklingzeit aller Fähigkeiten um 0,5 Sekunden. Bevor wir uns nun die einzelnen Talentausrichtungen Blut, Frost und Unheilig etwas genauer anschauen, gehen wir erstmal die wichtigsten Fähigkeiten und die allgemeine Spielmechanik durch. Diese sind komplett talentunabhängig und stehen jedem Todesritter zur Verfügung. Mit Horn des Winters habt ihr einen Buff, der Rateweit die Stärke und Beweglichkeit erhöht. Zusätzlich generiert er 10 Runenmacht. Schaut, dass Horn des Winters vor jedem Pull aktiviert wird. Allgemein habt ihr zwei Fähigkeiten namens Eisige Berührung und Seuchenstoß, die neben direkten Schaden einen Krankheitsschaden über Zeitzauber auf den Ziel hinterlassen. Diese heißen Frostfieber, welche das Nahkampf- und Distanzangriffstempo um 14% verringert, sowie Blutzeuche, die Schattenschaden über Zeit verursacht. Als dritte Krankheit gibt es noch Gruftfieber, welche allerdings zu schwarzen Seuchenbringer wird. Diese bekommt ihr nur mit einem Talent im Unheiligbaum. Es macht keinen direkten Schaden, sondern erhöht den erlittenen Krankheitsschaden, Magieschaden, sowie eure kritische Trefferchance. Zuerst also Krankheiten auf das Ziel bringen ist deswegen wichtig, da ihr weitere Fähigkeiten habt, die ihren Effekt verstärken, umso mehr Krankheitsdots sich auf dem Ziel befinden. Blutstoß zum Beispiel verursacht Schaden, sowie zusätzlichen Schaden für jede Krankheit, die sich auf dem Ziel befindet. Todesstoß hingegen macht ebenfalls direkten Schaden und heilt den Todesritter um einen gewissen Wert für jede Krankheit. Mit der Fähigkeit auslöschen, wird ebenso Direktschaden verursacht, sowie für jede Krankheit der gesamte Schaden erhöht. Dadurch werden allerdings alle Krankheiten aufgezehrt. Mit Pestilenz könnt ihr bereits auf das Ziel gewirkte Krankheiten auf alle anderen Feinde innerhalb von 10 Metern verteilen. Mit diesem Vorgehen verbraucht ihr eure Runen und Runenmacht wird generiert. Eure Runen laden sich wieder automatisch auf. Die Runenmacht könnt ihr zum Beispiel mit Todesmantel verbrauchen. Dieser macht entweder Schaden am Gegner oder heilt ein verbündetes untotes Ziel. Er hat dabei keine Abklingzeit. Das weiteren habt ihr die Fähigkeit Runenstoß, welche 150% Waffenschaden sowie weiteren Schaden verursacht. Dieser kann allerdings nur angewendet werden, wenn ihr einen Angriff pariert oder ausgewichen seid. Als weiterer Spender für Runenmacht gibt es ohne Talentpunktvergabe die eisige Gegenwehr, welche euch immun gegenüber Betäubungseffekte macht und jeglichen Schaden um 30% verringert. Zusätzlich bekommt ihr eine Schadensverringerung basierend auf eurer Verteidigung. Ihr könntet natürlich auch antimagische Hülle verwenden, die 75% des Schadens absorbiert und die Anwendung gegnerischer magischer Schwächungszauber verhindert. Der absorbierte Schaden lässt den Todesritter zu dem Runenmacht generieren. Daneben gibt es noch Todesgriff. Mit diesem zieht ihr ganz leicht Gegner an euch ran und zwingt diese euch für 3 Sekunden anzugreifen. Einen normalen Spot mit dunkler Befehl habt ihr natürlich auch noch. Im Thema Flächenschaden seid ihr auch nicht schlecht aufgestellt, denn dort habt ihr neben dem bereits erwähnten Skill Pestilence, mit dem ihr eure Krankheiten verteilt, Tod und Verfall und siedendes Blut. Bei Tod und Verfall wird ein ausgewähltes Gebiet unter euch für 10 Sekunden lang verderbt und verursacht an allen Zielen Schaden, die sich in diesem befinden. Siedendes Blut macht an allen Feinden in der Nähe Schattenschaden sowie zusätzlich an Zielen, die an eurer Krankheit, Blutseuche oder Frostfieber erkrankt sind. Mit Blutwandlung verwandelt ihr eine Blutruhne in eine Todesruhne. Diese Rune zählt als Blut, Frost oder unheilige Rune. Mit Strangulieren und Gedankenfrost habt ihr zudem zwei Fähigkeiten, um eure Gegner zu unterbrechen und zum Schweigen zu bringen. Die eine bedient ihr mit einer Blutruhne, die andere mit Runen macht. Mit Totenerweckung könnt ihr euch einen Ghoul erschaffen, der an eurer Seite kämpft, allerdings nach einer Minute wieder verschwindet und nicht steuerbar wie ein klassischer Begleiter ist. Das Ganze kann man allerdings mit dem Unheiligbaum deutlich optimieren. Zu guter Letzt könnt ihr mit eisigen Pfade den Boden gefrieren lassen, sodass ihr über Wasser wandeln könnt. Mit Level 72 erhaltet ihr dann noch die Fähigkeit Verbündete erwecken. Hierbei könnt ihr einen gefallenen Mitspieler wiederbeleben, der fünf Minuten lang in Form eines Ghouls an eurer Seite kämpft. Dieser Spieler kann den Ghoul dabei kontrollieren. Mit Stufe 80 erhaltet ihr außerdem die Fähigkeit Armee der Toten, welche diverse Ghoul bespürt, die an eurer Seite kämpfen und den Feind abspotten. An und für sich eine starke Fähigkeit, welche allerdings etwas nervig im Raid sein kann, da der Spot nicht deaktivierbar ist. Zusammengefasst nutzen wir also zuerst Fähigkeiten, die Krankheitsdots auf das Ziel bringen, um anschließend mit anderen Skills mehr Schaden zu verursachen oder euch zu heilen. Die Krankheiten können dann zum Beispiel mit Pestilenz auf mehrere Ziele verbreitet werden. Hierbei werden unsere Runen verbraucht und Runenmacht erzeugt. Diese können wir dann zum Beispiel mit Fähigkeiten wie Todesmantel, Runenstoß oder eisige Gegenwerfer verbrauchen. Situationsbedingt haben wir zudem doch einiges an Flächenschaden sowie einen Ghoul, der für uns kämpft. Prinzipiell ist es beim Todesritter möglich, mit allen drei Ausrichtungen zu tanken oder Schaden zu machen. Schauen wir uns deshalb mal die verschiedenen Talentbäume und Spezialisierungen an und vor allem wie sich diese unterscheiden. Der Blutbaum ist viel auf Selbstheilung und tanken ausgerichtet und ist somit einer der gängigen Tankausrichtungen. Ihr habt zudem aber noch Supporttalente sowie diverse andere, die den einkommenden Schaden minimieren. So gibt es zum Beispiel Runenheilung, die euch dank verbesserten Runenheilung um einen stattlichen Betrag für eine Blutruhne heilt. Vendetta gibt euch nach dem Töten eines Ziels, welches Erfahrung oder Ehre gibt, bis zu 6% eurer maximalen Gesundheit zurück. Mahl des Blutes trifft einen Feind und wenn dieser nun Schaden verursacht, heilt er sein Ziel um 4% der eigenen maximalen Gesundheit. Das Ganze hält 20 Sekunden oder 20 Treffer an. Mit Blutwürmer haben eure Treffer eine Chance, dass aus dem Ziel 2 bis 4 Blutwürmer entstehen. Diese greifen euren Feind an und heilen euch in Höhe des verursachten Schadens. Die verbesserte Blutpräsenz erlaubt es euch in der Frost- oder Unheiligpräsenz 4% der Heilung der Blutpräsenz beizubehalten. Allein dadurch haben eure normalen Treffer eine Lebensrückgewinnung. Mit Vampirblut bekommt ihr zeitweise 15% eurer maximalen Gesundheit und erhöht zudem die durch Zauber und Effekte erzeugte Gesundheit 10 Sekunden lang um 35%. Das ist vor allem ein extrem starker Tank-Cooldown für heilintensive Phasen. Wille der Nekropole ist zugleich ein gutes passives Tank-Talent. Hierbei wird der erhaltene Schaden um 15% verringert, wenn eure Gesundheit unter 35% sinkt bzw. ein Angriff diese unter 35% sinken lassen würde. Verbesserter Todesstoß erhöht die Gewerte Heilung von Todesstoß um 50% sowie den allgemeinen Schaden und deren kritische Trefferchance. Zudem bekommt ihr noch Herzstoß, welches auf euer Ziel sowie seinen nächsten verbundeten Schaden verursacht. Für jede auf das Ziel gewirkte Krankheit sogar zusätzlichen Schaden. Das 51er Talent Tanzende Runenwaffe beschwört eine zweite Runenwaffe, die 12 Sekunden lang eigenständig kämpft. Die Waffe imitiert die Angriffe des Todesritters, verursacht allerdings 50% weniger Schaden. Der Blutbaum bringt zudem starke Support-Talente mit sich. Mit Stärke der Monstrosität könnt ihr zum Beispiel die Angriffskraft und die Stärke aller Gruppen und Schlagzugsmitglieder erhöhen. Mit Bösartigkeit habt ihr alle drei Minuten einen Buff, welchen ihr auf euch oder ein befreundetes Ziel anwenden könnt. Hierbei wird der verursachte körperliche Schaden um 20% erhöht. Allerdings verliert ihr dabei pro Sekunde 1% von eurer maximalen Gesundheit. Mit dem Frostbaum seid ihr auf jeden Fall sehr gut gegen einzelne Ziele aufgestellt. Vor allem, da es hier ein wichtiges Talent gibt, was euch das Umgehen mit zwei einzelnen Waffen deutlich erleichtert. Ihr bringt außerdem starken Raid-Support mit und habt einige schadensreduzierende Talente, welche euch vor allem als Tank zugutekommen. Zähigkeit erhöht den durch Gegenstände erzielten Rüstungswert um 10%. Nerven aus kaltem Stahl ist vermutlich das wichtigste Talent solltet ihr vorhaben, mit zwei einzelnen Waffen zu spielen. Hierbei wird eure Trefferchance mit Einhandwaffen um 3% sowie den von eurer Schildhandwaffe verursachten Schaden ebenfalls um 25% erhöht. Mit Eisigen Klauen ermöglicht ihr es, dass eure Fähigkeit eisige Berührung bzw. dessen Schaden über Zeiteffekt Frostfieber euer Nahkampfangriffstempo um 20% erhöht. Lichtritter verwandelt euch in einen Untoten. Dadurch könnt ihr euch beispielsweise mit eurem Todesmantel selbst heilen. Außerdem seid ihr immun gegen Furcht, Bezauberungs- und Stille-Effekte. Mit Vernichtung zehrt eure Fähigkeit auslöschen keine Krankheiten mehr auf. Mit Tötungsmaschine haben eure Nahkampfangriffe eine Chance, dass euer nächstes Wirken von eisige Berührung, heulende Böe oder Froststoß kritisch treffen. Eisige Schreckensplatte verringert die Chance, dass ihr von Nahkampfangriffen getroffen werdet. Demnach ein super Talent zum Tanken. Mit Kälte des Todes habt ihr eine aktivierbare Fähigkeit um alle 30 Sekunden mit eisiger Berührung, heulende Böe, Froststoß oder Auslöschen einen kritischen Treffer zu verursachen. Verbesserte eisige Klauen erhöht das Nahkampfangriffstempo aller Gruppen und Raidmitglieder um 20%. Euer Tempo wird zusätzlich um 5% erhöht. Ein Top-Buff für euren kompletten Schlachtzug. Mit Gnadenloser Kampf habt ihr eine Art Hinrichtentalent, das euch ermöglicht mehr Schaden zu verursachen, wenn das Ziel unter 35% Gesundheit ist. Zehrende Kälte entzieht dem Boden unter dem Todesritter die Wärme und schließt nahe Gegner ins Eis ein. Dadurch können sie bis zu 10 Sekunden nicht handeln und werden zudem mit Frostfiber angesteckt. Mit der verbesserten Frostpräsenz behaltet ihr den 8% Ausdauerbonus in der Blut- und Unheiligpräsenz. Außerdem wird der erlittene Schaden um 2% verringert. Ein weiteres Dual-Wheel-Talent nennt sich Tassarians Drohung. Es ermöglicht euch mit diversen Fähigkeiten mit eurer Schildhandwaffe ebenfalls Schaden zu verursachen. Davor war der Schaden nur auf eure Haupthand begrenzt. Ein weiterer defensiver Cooldown ist undurchdringliche Rüstung, die es euch einmal pro Minute ermöglicht, eure Rüstung für 20 Sekunden lang um 25% und eure Stärke um 20% zu erhöhen. Bei Akklimatisierung besteht die Chance von 30%, dass euer Widerstand gegen diese Art von Magie 18 Sekunden lang erhöht wird, wenn ihr von einem Zauber getroffen werdet. Das macht euch deutlich stärker gegen zaubernde Gegner. Mit Froststoß bekommt ihr eine weitere Fähigkeit, um Runenmacht auszugeben. Diese macht 55% Waffenschaden plus weiteren Frostschaden. Euer 51er Talent heulende Böe trifft mehrere Ziele und fügt diesen Frostschaden zu. Sie wird vor allem zum Eröffnen des Kampfes gegen mehrere Ziele verwendet. Der Unheiligbaum ist definitiv die Spezialisierung, mit der ihr am effektivsten eure Diener für euch kämpfen lassen könnt. Zudem macht ihr eine Menge an Flächenschaden, habt aber trotzdem einiges an offensiven Cooldowns, welche sich gegen einzelne Ziele richten. Ihr bekommt mit Virulenz 3% mehr Zaubertrefferchance sowie 5% Ausweichchance mit Vorahnung. Dieses wird in so gut wie allen Tanks gelungen mitgenommen. Morbidität erhöht den Schaden und den Heilungseffekt von Todesmantel und verringert vor allem die Abklingzeit von Tod und Verfall um 5 Sekunden. Gierige Tote erhöht eure gesamte Stärke um 3% sowie den Bonus, den eure Ghule durch eure Stärke und Ausdauer bekommen. Mit Leichenexplosionen bringt ihr einen Leichnam zum explodieren, welcher allen Feinden Schaden zufügt. Der Tod Reit verringert die Dauer auf euch wirkende Betäubungs- und Furchteffekte um 20% und erhöht das Tempo eures Reitiers um ebenfalls 20%. Mit Blutverkrustete Klinge haben eure automatischen Angriffe eine Chance, zusätzlichen Waffenschaden sowie für jede sich auf dem Ziel befindende Krankheit nochmal extra Schaden zu verursachen. Nach der Toten verringert die Abklingzeit von Totenerweckung um 90 Sekunden sowie die von Armee der Toten um 4 Minuten. Zudem wird der erlittene Flächenschaden von eurem Begleiter um 90% verringert. Ohne diesen Talent würde euer Begleiter nicht lange bei Raidbossen überleben, da die meisten davon in irgendeiner Art Flächenschaden verursachen. Unheilige Verseuchung verstärkt euren Todesmantel, sodass dieser einen zusätzlichen Schaden über Zeiteffekt erhält. Außerdem können dadurch die bestehenden Krankheiten nicht mehr gebannt werden. Meister der Ghule verringert die Abklingzeit eures Zaubers Totenerweckung um 60 Sekunden und von diesem Zauber beschworene Ghule gelten dadurch als Begleiter. Das bedeutet unterm Strich, dass ihr nun eine Pet-Leiste habt und den Ghul und seine Fähigkeiten steuern könnt. Zusätzlich hat er keine begrenzte Lebensdauer mehr und ist somit die ganze Zeit an eurer Seite. Ähnlich wie die Begleiter vom Hexenmeister. Durch Magieunterdrückung erleidet ihr 6% weniger Schaden durch jegliche Magie. Zudem absorbiert Antimagische Hülle 25% zusätzlichen Zauberschaden. Antimagisches Feld platziert ein Feld, das den erlittenen Zauberschaden aller darin befindlichen Gruppen und Raidmitglieder um 75% verringert. Mit Ghul-Furore gewährt ihr eurem Begleiter 30 Sekunden lang 25% Tempo und heilt ihn während der Dauer des Effekts um 60% seiner Gesundheit. Perfektes Talent auf dem Weg zu Level 80, danach eher selten zu gebrauchen. Gruftfieber erhöht den Schaden von Krankheiten auf dem Ziel um 30% und das natürlich für den kompletten Grade. Schwarzer Seuchenbringer verbessert das Ganze extrem. Dadurch wird ebenfalls noch der erlittene Magieschaden des Ziels um 13% und eure kritische Trefferschance mit Waffen und Zaubern um 3% erhöht. Mit Knochenschild erhaltet ihr drei wirbelnde Knochen um euch. Solange zumindest einer davon besteht, wird jeglicher erlittener Schaden um 20% verringert und ihr verursacht zusätzlich 2% mehr Schaden. Dank der wandernden Seuche teilt ihr als unheiliger Todesritter flächenschadensmäßig extrem aus. Wenn von euch hervorgerufene Krankheiten an einem feindlichen Ziel Schaden verursachen, besteht eine Chance, dass die Krankheit am Ziel und allen Feinden im Umkreis 100% zusätzlichen Schaden verursacht. Dieses Talent ist zum Glück so klug, dass es Ziele ignoriert, auf denen Effekte wirken, die durch Schadenseinwirkung unterbrochen werden. Ihr könnt damit zum Beispiel das Schaf des Magiers nicht rausholen. Mit dem Geiselstoß macht ihr 70% Waffenschaden sowie zusätzlich 238 Punkte. Für jede auf das Ziel gewirkte Krankheit fügt ihr zusätzlich 12% des verursachten Schadens als Schattenschaden zu. Mit Gargoyle-Beschwören habt ihr ein extrem mächtiges 51er Talent. Hierbei wird wie der Name schon sagt ein Gargoyle beschworen, der für 30 Sekunden an eurer Seite kämpft. Dabei skaliert euer Equipment und vor allem eure aktuellen Buffs mit dem beschworenen Begleiter. Solltet ihr vor dem Aktivieren der Fähigkeit einen Kampfrausch bekommen und jegliche Schmuckstücke zünden, profitiert der Gargoyle davon. Kleiner Disclaimer vorweg, wenn ihr nicht in den Top 10 Speedrun-Gilden spielt, jede Woche versuchen einen neuen Rekord aufzustellen, dann spielt einfach die Rasse, welche euch optisch am besten gefällt. Es bringt euch nichts, wenn euch das Äußerliche und die Animation der Rassen nicht gefallen, nur um 0,5% mehr Schaden zu machen. Was ist nun also unserer Meinung nach die beste Horde-Rasse in Raids? Auf Platz 1 würden wir hier den Ork setzen, da er so gut wie mit jeder Rassenfähigkeit einen Bonus hat, welchen man gebrauchen kann. Vor allem ist hier kochendes Blut für temporär mehr Angriffskraft sowie die Arc-Spezialisierung für 5 Waffenkunde zu erwähnen. Als Unheilig-DK sind ebenfalls die 5% mehr Begleiterschaden mit Befehlsgewalt zernet. Dicht gefolgt auf Platz 2 der Troll dank Berserker, da der Tempo-Bonus ebenfalls als Unheilig-DK mit eurem Gargoyle skaliert und besser wird, umso stärkeres Equipment ihr habt. Solltet ihr nur tanken wollen, könnt ihr alternativ den Taurin spielen, da dieser ungefähr 400 mehr Gesundheit hat. Wobei besagte Gesundheitspunkte jetzt nicht kriegsentscheidend sind. Für PvP ist unser Platz 1 der Blutelf, dank seinem Arkanem Strom, welcher alle Gegenden einen Umkreis von 8 Metern zum Schweigen bringen und Rune Macht herstellt. Dieser Skill kann in der Arena ein gewaltiger Gamechanger sein. Auf den zweiten Platz setzen wir gleich 3 Rassen. Den Ork mit mehr Angriffskraft durch kochendes Blut und 5 mehr Waffenkunde mit Äxten und vor allem die verminderte Dauer von Betäubungseffekten dank Zähigkeit. Dann den Untoten, denn hier ist das Stichwort seine aktivierbare Fähigkeit Wille der Verlassenen, die gerade mal eine Abklingzeit von 2 Minuten hat. Hierbei wird jeglicher Bezauberungs-, Furcht- oder Schlafeffekt entfernt, sowie dann den Troll mit Berserker und dessen Angriffs- und Zaubertempoerhöhung. Regeneration verleiht euch außerdem 10% Gesundheitsregeneration im Kampf. Diese ist um 10% erhöht. Die neue passive Rassenfähigkeit Voodoo Capoeira verringert die Dauer aller auf euch wirkenden bewegungseinschränkenden Effekte um zusätzliche 15%. Als Taure habt ihr den Kriegsdonner, welcher bis zu 5 Feinde für 2 Sekunden betäubt, sowie einen Vorteil durch Durchhaltevermögen, welches eure Basisgesundheit um 5% erhöht. Bei der Allianz sehen wir als beste Rasse für Raids und PvE Content den Draenei. Diese haben dank Gabe der Naru einen Hot, welchen sie ohne Zauberzeit ausführen können und bringen zudem für sich und die ganze Gruppe jeweils 1% Trefferwertung mit. Aber auch der Mensch ist stark, dank 3 Waffenkunde mit Schwertern und Kolben, wobei das im Vergleich zu TBC etwas abgeschwächt wurde. Seine aktivierbare Fähigkeit Überlebenswille ist zudem nicht nur im PvP zu gebrauchen und kann die ein oder andere Bossmechanik problemlos kontern. Nach dem Aktivieren entfernt ihr alle bewegungseinschränkenden Effekte und alle Effekte, die zum Kontrollverlust führen. So gesehen also ein PvP-Schmuckstück, welches ihr nicht anlegen müsst. Solltet ihr euch nur aufs Tänken spezialisieren wollen, könntet ihr auch den Nachtelf dank Schnelligkeit wählen. Dieses verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von nahen Vierkampfangriff getroffen werdet um 2% oder den Zwerg, um mit seiner Steinhaut einen temporären Rüstungsbonus zu erhalten. Solltet ihr wirklich ambitioniert PvP spielen wollen und versuchen euch wöchentlich in den Arena-Wertungen zu steigern, dann kommt ihr leider nicht am Menschen vorbei. Mit diesem und seiner Fähigkeit Überlebenswillen habt ihr die besten PvP-Rassenfähigkeiten im kompletten Spiel. Ihr könnt euch demnach euer PvP-Schmuckstück sparen und dessen Platz mit einem anderen mächtigen Schmuck füllen. Sollte Blizzard hier noch irgendetwas nerven oder anpassen, updaten wir das im ersten angepinnten Kommentar. Wie skillt ihr nun aber am besten zum Leveln? Vorweg muss man sagen, dass das Erreichen von Stufe 80 problemlos mit allen drei Skillboinen möglich ist. Als Todesritter-Neuling empfehlen wir euch eine Blutskillung, damit diese habt ihr etliches an Selbstheilung und dadurch so gut wie keine Pausen, in denen ihr euer Leben regenerieren müsst. Selbst Gruppenquests, die für zwei oder drei Spiele ausgelegt sind, schafft ihr so mühelos, da ihr Talente wie Mahl des Blutes, Vampirblut oder Bösartigkeit habt. Das Leveln ist dadurch sehr entspannt. Ihr könnt zudem am einfachsten Dungeons tanken, da ihr viele wichtige Talente dafür mitgenommen habt. Tanken geht, aber natürlich auch problemlos mit den anderen Skillbäumen bzw. ist dank Dualspec möglich. Solltet ihr schon etwas erfahrener sein oder allgemein lieber mit einem Begleiter spielen und mehrere Mobs auf einmal erledigen wollen, dann solltet ihr den Unheiligbaum wählen. Hier habt ihr den Vorteil, dass ihr konstant einen Ghoul als Begleiter habt, der für euch kämpft. Außerdem könnt ihr alle drei Minuten einen Gargel rufen. Zudem habt ihr das Talent, der Tod reiht, mit dem eure Reitgeschwindigkeit um 20% erhöht wird. Da ihr beim Leveln sehr oft hin und her müsst, ist das ein riesiger Vorteil. Die Skillung ist darauf ausgelegt, dass ihr mehrere Gegner auf einmal zur Strecke bringt. Dafür habt ihr zum Beispiel Talente wie Leichenexplosion oder das von allen Todesrittern verwendbare Tod und Verfall. Ob das natürlich zum Start von Wrath of the Lich King möglich ist, wagen wir zu bezweifeln, da hunderte von anderen Spielern ebenfalls unterwegs sein werden. Sollte dies aber möglich sein, dann sollte das Leveln mit Unheilig auf jeden Fall etwas schneller vonstatten gehen. Wir benutzen in beiden Skillungen hauptsächlich eure Blutpräsenz. Die Frostpräsenz verwendet ihr zum Tanken oder für Elitegegner und die Unheiligpräsenz, wenn ihr kurze Strecken zu Fuß überwinden müsst. Wir verlinken euch in der Videobeschreibung, wie ihr am besten mit den jeweiligen Skillungen eure Punkte verteilt. Außerdem findet ihr dort auf der rechten Seite passende Glyphen für die Levelphase. Vergesst nicht, dass ihr bis Level 80 nur zwei erhebliche Glyphen nutzen könnt. Auf Dinge wie Statsbrio, Glyphen, Skillungen für den Endcontent sowie die besten Berufe gehen wir dann in den jeweiligen Klassenguides ein, in welchen wir die einzelnen Ausrichtungen genau unter die Lupe nehmen, so wie ihr es auch aus den anderen Klassenguides kennt. Das würde in diesem Beginnerguide den Rahmen sprengen. Bevor wir zum Fazit kommen, kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr bei uns YouTube Mitglied werden. Dadurch erfahrt ihr immer, wann welches neue Video erscheint, habt bei manchen sogar frühen Zugriff, werdet im Outro erwähnt und bekommt in den Kommentaren eigene Emojis, die nur ihr verwenden könnt. Zudem erhaltet ihr neben eurem Namen ein Mitgliedssymbol, welches sich je nach Länge der Mitgliedschaft verändert. Die Mitgliedschaft ist außerdem binnen wenigen Klicks wieder kündbar. Vielen herzlichen Dank für euren Support und vor allem ein dickes Danke an alle bisherigen Mitglieder. Ihr spielt mit dem Todesritter einer der stärksten Klassen in Wrath of the Lich King. Jede Skillung spielt sich dabei komplett eigen. Egal ob mit Blut als Tank und seinen diversen Fähigkeiten, um Leben zurückzugewinnen, als unheilig mit eurem Ghoul, einem beschwörbaren Gargoyle sowie starken Flächenschaden oder als Frost mit zwei Einhandwaffen und starken Schaden gegen einzelne Ziele. In Raids seid ihr einer der besten Tanks oder einer der besten Schadensausteiler. Zudem bringt ihr etliche Raid Buffs und Debuffs wie zum Beispiel 20% Nahkampftempo, 13% Zauberschaden oder auch Stärke und Beweglichkeit mit. Im PvP könnt ihr außerdem jeden Gegner die Stirn bieten, eine ganze Portion Skill natürlich vorausgesetzt. Hier habt ihr mit Fähigkeiten wie antimagische Hülle oder eurem Todesgriff wenig Probleme mit Zauberklassen. Zugleich ihr mit dem Unheiligbaum vier Möglichkeiten habt, einen Zauber zu unterbrechen. Seid euch allerdings bewusst, dass der Todesritter eine sehr beliebte Klasse ist und damit in den meisten Raids schon vertreten sein wird. Da man allerdings ohne Probleme drei Stück im 25er mitnehmen kann, sollten eure Chancen nicht schlecht stehen. Vergesst zudem nicht, dass der Todesritter ohne Berufe startet. Da diese in Wrath of the Lich King durch ihre Berufsvorteile extrem wichtig sind, solltet ihr sie spätestens auf Level 80 nachziehen. Wenn ihr hierfür nicht die Geduld oder das passende Gold habt, verliert ihr einen riesigen Bonus gegenüber anderen Spielern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hin sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.